Trader, die wollen möglichst schnell von den Bewegungen am Markt profitieren. Bei mir ist Evgeny Ponomare von der HSBC und die Trader, die setzen auf Hebelinstrumente häufig. Was macht denn die Hebelinstrumente aus? Was sind Hebelinstrumente? Hebelinstrumente oder Hebelprodukte sind Produkte, die es erlauben, überproportional stark an der Kursbewegung einer zugrunde liegenden Aktie, eines Index oder Währungspaars teilzunehmen. Wenn wir zum Beispiel ein Hebel 5 Produkt und Stand schauen, bedeutet das, wenn sich zum Beispiel eine zugrunde liegende Aktie um 1% verändert, verändert sich das Hebel 5 Produkt um 5%. Der deutsche Derivatemarkt kennt drei verschiedene Hebelproduktarten. Einmal die Standardoptionsscheine, einmal die Faktorzertifikate und auch die Knockoutprodukte, die mit einem Marktanteil von rund 43% hier ganz stark bei den Marktteilnehmern im Fokus stehen. Und heute unterhalten wir uns ja über Knockoutprodukte und insbesondere über Open-End Knockoutprodukte. Und diese haben verschiedene interessante Facetten, die wir gleich dann wahrscheinlich erweitern. Genau, können Sie ja schon mal grob beschreiben, die Open-End Turbozentifikate, wie genau funktionieren die? Die Open-End Knockoutprodukte sind Produkte, die keine im Vorhinein festgelegte Laufzeit haben. Und diese laufen oder existieren, solange das Knockout-Eigenis nicht eingetreten ist. Knockout-Eigenis bedeutet, diese Produkte sind mit einer Knockout-Barriere ausgestattet. Das heißt, eine Kursschwelle. Sollte diese berührt oder verletzt werden, findet der Totalverlust statt. Das heißt, dann ist der Schein tatsächlich wertlos? Genau, dann ist der Schein wertlos. Und bei uns im Bankhaus wird nach fünf Bankarbeitstagen ein Zehntel Cent als Knockout-Betrag bezahlt. Und das Spannende ist, dass diese Open-End Knockoutprodukte, wie schon gesagt, keine im Vorhinein festgelegte Laufzeit haben. Und diese Eigenschaften schätzen die Marktteilnehmer durchaus sehr. Es heißt oder assoziiert dann ja, dass man dieses Produkt auch unendlich hält. Aber das tun die Trader ja nicht. Nein. Diese Knockout-Produkte sind für eher kurzfristige Anlagehorizonte geeignet. Einige Marktteilnehmer benutzen diese Produkte, um Day-Trading zu betreiben. Das bedeutet, man kauft am gleichen Tag und verkauft auf dem gleichen Tag. Das heißt, man versucht, die Tagesschwankung auszunutzen. Denn solche Knockout-Produkte können börsentäglich von 8 bis 22 Uhr im außerbörstlichen Handel, also das heißt, mit dem Handel, direkt mit dem Emittenten gehandelt werden. Und genau, im Hinblick auf die Kurserwartung sind eher ganz klar steigende oder fallende Märkte hier gefragt. Das heißt, wir wollen wirklich Kursbewegungen ausnutzen. Wenn ein Marktteilnehmer Seitwärtsmärkte erwartet, sind Anlageprodukte wie das klassische Discount-Zertifikat eher die bessere. Jetzt haben Sie uns hier noch eine Grafik mitgebracht. Das ist die Preisentwicklung. Die müssen Sie mal ganz genau erklären. Genau so ist es. Viele Zahlen. Ja, also das ist die Basispreisentwicklung. Denn man muss sich die Frage stellen, welche Kosten treten bei solchen Produkten auf? Und bei Turbooptionsscheinen oder Knockout-Produkten, wie man sie auch nennen mag, finden Finanzierungskosten ihren Eingang. Finanzierungskosten sind die Kosten, die wir als Emittent in Rechnung stellen. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wo kommen diese Finanzierungskosten her? Hier kann man einen beispielhaften Gedanken illustrativ darstellen. Angenommen, wir haben eine XY-Aktie, die notiert bei 100 Geldeinheiten. Und man möchte ein Open-End-Knockout-Produkt mit einem 2er-Hebel, also Hebel 2, konstruieren. Wie kann man daran gehen? Man kann diese Aktie kreditfinanziert erwerben. Man nimmt 50 Geldeinheiten Fremdkapital, 50 Geldeinheiten Eigenkapital. In der Summe gibt es 100 Geldeinheiten. Und jetzt kann man diese Aktie für 100 Geldeinheiten kaufen. Jetzt haben wir die Long-Variante konstruiert. Das bedeutet, wir setzen auf steigende Kurse. Denn Long oder Call bedeutet, man versucht, auf steigende Kurse zu setzen. Jetzt steigt die Aktie von 100 auf 101. Das bedeutet, wir haben 1% Ertrag erwirtschaftet. Wenn man diese eine Geldeinheit auf 50 Euro Eigenkapital draufrechnet, so sind das genau diese 2%. Und diese durchaus vielleicht spannende oder theoretische Konstruktion verrät auch, wo kommen die Kosten her. Zum Beispiel von diesem Kredit, den man aufgenommen hat. Zusätzlich preist der Emittent noch eine Emittentenmarge mit ein. Und diese Emittentenmarge ist von jedem Emittent unterschiedlich und abhängig. Das bedeutet, wie preisen wir die ein? Jedes dieser Produkte, wie man hier sehen kann, auf der Y-Achse, hat einen Basispreis, der gleichzeitig auch die Knockout-Barriere ist. Also das ist erstmal der DAX-Punktestand, richtig? Das ist der Basispreis. Das heißt, das ist die Knockout-Barriere, beziehungsweise der Basispreis des Open-End-Knockout-Produktes. Diese sollte auf keinen Fall berührt werden, sonst findet das Knockout-Eigenis statt. Auf der X-Achse haben wir die Zeit. Und wenn wir jetzt diesen Basispreis mit der Emittentenmarge nach oben sozusagen rechnen für das kommende halbe Jahr, das heißt die Kosten für das kommende halbe Jahr in Rechnung stellen, das wird börsentäglich angepasst, dann findet ein Anwachs statt. Das heißt, hier haben wir eine Marge von 2,5% und hier haben wir eine Marge von 4%. Man kann wunderbar erkennen, dass die Differenz ungefähr 130 DAX-Punkte sind. In Euro bedeutet das, das sind 1,30 Euro. Das heißt, 1,30 Euro hat sozusagen der Emittent, der die 4% eingepreist hat, mehr in Rechnung gestellt, als der Emittent, der 2,5% eingepreist hat. Und 1,30 Euro hört sich vielleicht nicht viel an, aber wenn man für ein Produkt 10 Euro bezahlt hat, sind 1,30 Euro 13%. Wenn man für ein Produkt 5 Euro bezahlt hat, für ein Open-End-Knockout-Produkt, sind das schon 26%. Somit müssen Marktteilnehmer, je länger die dieses Produkt im Depot haben oder je länger die dieses Produkt halten, um verstärkt auf die Finanzierungskosten zu achten. Nicht nur des breitesten Steins, sondern auch die Finanzierungskosten im Rahmen der Produktwahl. Das heißt, das ist dann auch ein Kriterium, warum Trader es nicht sehr lange halten, sondern auch es manchmal nur im Day-Trading angewandt wird. Vollkommen richtig, das ist mit auch ein Kriterium, weil die Kosten fallen tendenziell ab. Und vollkommen richtig, ja. Diese Zahlen, was wird dem Investor damit klar, wenn er jetzt sich auf diese Zahlen fokussiert? Wenn er zum Beispiel ein Knockout-Produkt kauft mit einem Basispreis von 13.000 Punkten und dieses Knockout-Produkt sechs Monate im Depot hält, wird aus dieser Knockout-Barriere oder beziehungsweise dem Basispreis nach sechs Monaten eine Barriere von 13.177 Punkten bei einer Minitentenmarge von 2,5 oder eine Barriere von 13.302 Punkten bei einer Marge von 4%. Das heißt, je höher die Barriere steigt, umso näher nähern wir uns dem aktuellen DAX-Stand an. Das heißt, wenn der DAX jetzt zum Beispiel, stellen Sie sich vor, der DAX steigt jetzt hier innerhalb der nächsten sechs Monate auf 13.300 Punkte. Das heißt, mit diesem Produkt hätten wir schon das Knockout-Eignis erlebt, mit diesem Produkt noch nicht. Und dementsprechend sind die Finanzierungskosten ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Und diese Knockout-Schwelle, die wird vom Emittenten ausgegeben? Genau. Wenn die Produkte erschaffen werden, wird eine Knockout-Barriere erstmal festgelegt zu Beginn und die wird börsentäglich vor Börsenöffnung um 8 Uhr angepasst um die Finanzierungskosten. Das heißt, der Marktteilnehmer muss eine klare Meinung haben zum Markt und muss sich auch sehr gut auskennen. Genau so ist es. Das sind Produkte für fortgeschrittene Marktteilnehmer. Das heißt, hier darf man nicht zwischen den Zeilen lesen, sondern man muss wirklich das Produkt verstehen. Dafür tun wir auch viel mit verschiedenen Publikationen, Webinaren etc. Und hier ist ganz klar, der Marktteilnehmer muss auch wissen, dass der Basispreis und die Knockout-Bill nicht konstant sind, sondern wirklich börsentäglich angepasst werden. Genau. Ich glaube, das wird erst dann hier damit richtig klar. Ja. Der Basiswert für die Open-End-Turbo-Optionsscheine, was ist denn der beliebteste Basiswert? Ist das der DAX? Ja, genau so ist es. Der DAX ist mit der beliebteste Basiswert, den wir auch feststellen können, weil der DAX ist natürlich sehr präsent in den Medien und in der Öffentlichkeit. Und das Spannende ist, der DAX ist ja ein theoretisches Konstrukt. Der repräsentiert die 30 größten Unternehmen an der Frankfurter Börse. Und wenn Marktteilnehmer in diesen DAX investieren wollen, dann sind solche Produkte auch relativ spannend. Ist der Eurostoxx 50 auch beliebt? Der Eurostoxx 50 ist auch beliebt, aber nicht so beliebt wie der DAX. Ah, okay. Und jetzt müssen wir noch über die Risiken sprechen. Wir haben gerade schon mal ganz kurz angesprochen, dass es einen Totalverlust geben kann. Ja. Aber welche Risiken gibt es noch? Ja, auf jeden Fall ist das die wichtigste Betrachtung, die Risiken. Risiken gibt es natürlich der Totalverlust. Also sprich, wenn die Knockout-Barriere berührt wird, findet der Totalverlust statt. Des Weiteren sind natürlich auch die Kursrisiken zu nennen. Denn das sind Hebelprodukte, die partizipieren überproportional. Also stärker, die reagieren stärker auf die Kursveränderung des Basiswertes als der Basiswert selbst. Das heißt, wenn der DAX zum Beispiel um 2% schwankt und wir ein Hebel 5% haben, haben wir schon eine Schwankung von 10%. Und das sind auch Risiken, die man beachten muss. Und das Emittentenrisiko gibt es dann auch noch? Selbstverständlich auch. Knockout-Produkte sind wie alle anderen Zertifikate auch Inhaber Schuldverschreibung. Und somit ist auch das Emittentenausfallrisiko zu berücksichtigen. Jetzt einmal noch ganz kurz zurück zum Hebel. Sie nacken jetzt zum Beispiel den Hebel 5. Es gibt natürlich noch höhere Hebel. Ja. Woher weiß der Trader, wie viel er einsetzen möchte? Das ist wirklich sein ganz individuelles Empfinden und wie risikofreudig er ist. Genau. Das ist der individuelle Risikoappetit, der hier zum Tragen kommt. Denn je höher der Hebel, umso höher die Schanzen, aber auch die Risiken. Wenn wir zum Beispiel uns einen Hebel 50% anschauen, dann bedeutet das, wenn beim DAX als Beispiel, wenn der DAX sich um 1% verändert, verändert sich das Produkt um 50%. Aber hieraus wird auch deutlich, dass wenn wir um 2% im DAX nach unten schwanken, findet der Totalverlust statt. Und die Wahl des Hebels kann vielleicht wie folgt, man kann sich bei der Wahl des Hebels vielleicht wie folgt orientieren. Man muss sich die Frage stellen, wo sieht man den Tiefstkurs des DAXes während der Haltefrist, in dem man das Produkt hält. Wenn man der Meinung ist, dass der DAX nicht mehr um 10% fällt, dann sollte man einen Hebel von maximal 10% nehmen. Denn 10 mal 10 ist 100. Wenn wir nach Hund um 10% fallen, haben wir das Totalverlustrisiko. Wenn man aber der Meinung ist, dass der DAX nicht mehr als um 5% nach unten während der Halterperiode fällt, dann kann man einen Hebel 20 nehmen. 20 mal 5 ist 100, Totalverlustrisiko. Und so kann man sich ein bisschen wie im Rahmen der eigenen Markterwartung orientieren. Ganz herzlichen Dank, Evgeny Ponomare von der HSBC. Also Trader, die suchen die schnellen Renditen, aber Vorsicht, es kann dabei auch ganz schön nach unten gehen und es droht einem Totalverlust.